Wir werden uns heute erneut mit Belarus auseinandersetzen und ich glaube, wir müssen feststellen, dass in den letzten Wochen nichts besser geworden ist. Die Gewalt, die Lukaschenko gegen friedliche Demonstranten ausübt, ist völlig inakzeptabel. Menschen werden verhaftet, misshandelt und deshalb werden wir uns auch heute mit der Frage auseinandersetzen, ob wir nicht nur diejenigen, die an Wahlfälschung beteiligt waren und diejenigen an Misshandlungen vor Ort beteiligt waren, von der Europäischen Union sanktioniert werden, sondern wir müssen uns auch die Frage stellen, ob nicht Herr Lukaschenko, derjenige, der der Hauptverantwortliche ist, ebenfalls von der Europäischen Union sanktioniert werden muss. Wir werden uns auch über den Konflikt unterhalten zwischen Griechenland und der Türkei. Wir sind auch in unserer Funktion als Ratspräsidentschaft weiterhin davon überzeugt, dass es notwendig ist, beide Parteien an einen Tisch zu bringen. Wir glauben auch, dass das möglich ist. Wir haben jetzt noch ein diplomatisches Fenster bis zum Rat in dieser Woche und das wollen wir nutzen, um damit die Voraussetzung zu schaffen, dass es eine diplomatische Lösung gibt, denn für diese Krise gibt es nur eine diplomatische Lösung. Danke. 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 Danke.